Musik Bei den Strümpf auf dem Ellenbogen stütze ich mich auf dem Ellenbogen ab. Die andere Hand zeigt nach vorne als Stoffhand. Nun hebe ich meinen Po an und schiebe ihn nach hinten. Nun wechsel ich die Seite und gehe auf der anderen Seite auf den Ellenbogen. Die andere Hand zeigt nach vorne als Stoffhand. Die andere Hand zeigt nach vorne als Stoffhand. Die andere Hand zeigt nach vorne als Stoffhand.